Road to Level 70, es geht weiter mit meiner Schützin. Heute ein kleines Ründchen PvP. Hier bin ich am Start, ich mag diese Funktion so gerne. Die wünsche ich mir in anderen MMORPGs. Steuerung P, da kann man sehr lustige Dinge damit anstellen. Dann noch ranzoomen, auf jeden Fall. Genau, ich wünsche mir den Modus mit den Türmen, muss ich ehrlich sagen. Außerdem habe ich bemerkt, dass sich da ein bisschen was geändert hat, dazu aber gleich mehr. Und da geht es auch schon los. Also entweder haben die irgendwie so ein bisschen ein Matchmaking eingeführt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Oder es zocken gerade einfach keine, ich sag mal, Unterlevel 30er, Low Level. Spieler einmal Level 13 sehe ich hier bei uns, Level 15, zumindest das ist ausgeglichen. Ich weiß echt nicht, ob die da ein Matchmaking haben, der schon Level 69 hier. Und los geht's. Ich leider mit meinem, wie heißt der nochmal, Lama Rue, genau. Ich würde ja gerne das Mount vom Berserker rüber traden, das hätte ich gerne, das ist aus dem Gründerpaket. Ja, ich habe noch das, wie heißt das, Dungeon-Legende oder so, mit ein paar Dungeon-Tickets dann für das Maximallevel. Immerhin. Und das war auch sogar der Spielmodus, den ich haben wollte. Ich hoffe, es ist nicht so ein Rumgelaufe, einfach nur im Kreis laufen. Oh, man ist sauber. Das gehört anscheinend uns. So, wer ist hier noch? Ja, die Ds. Die Ds im Hintergrund vermöbeln. Nicht immer auf die Hüterinnen, die so schwer down gehen. Aber die können zu gut... Oh, unterbrechen. Habe ich jetzt unterbrochen oder war das zu langsam? Ich hoffe, ich habe noch... Ha, Assists abstauben. Nein, diesmal möchte ich auch die Kills haben. Komm schon, mein Gift noch. Mein Gift soll dich killen. War ich nicht, aber egal. Und jetzt, ich habe noch gewartet eben, bis auf dieses Level-Up zu 45 mit PvP, weil ich nun... Wow, da hat aber jemand in etwa 30% der Lebenspunkte in einer Sekunde oder so abgezogen. Wir sollten da mal nach hinten schauen, weil ich habe jetzt den Skill, der nach einem Crit-Fokus wieder auffüllt. Ja, war klar, dass ich jetzt der Einzige bin hier. Aber dann möchte ich noch zumindest ein bisschen Zeit rausschinden. Denn... Der versucht es direkt nochmal. Der versucht es echt direkt nochmal, hä? Oh, wieso hat mich der im Target oder ich den? Wie auch immer, ich will da ein bisschen... Ich werde sowieso sterben, aber jede Sekunde zählt hier Punkte. Und dieser Level 69 ist anscheinend Gaia, der unbedingt MVP werden möchte. Naja, soll er eben. Wenn hier zu 5 auf einen gekloppt wird und alle beim Turm... Wir haben 3... 4 sogar jetzt. Und einen verloren, wieder 3. Ja gut, also diese Buffs, die ich so groß angekündigt habe beim letzten Mal... Die... Wo laufe ich hin? Unten ist niemand. Aber von oben kommen sie jetzt. Die gibt es nicht mehr. Wo man reinläuft und dann passiert irgendwas. Entweder was Positives oder etwas Negatives. Keine Ahnung, warum. Waren die doch nicht so... Wow, 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 wow. Moment, gib mir 20%. Waren die doch nicht so nice oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man die entfernt. Die habe ich wie verrückt gesucht, aber nicht gefunden. Die wollten damit... Die wollten damit... Ich habe mir das nochmal durchgelesen, so bei den... Wie sie den Turm haben wollten, obwohl sie den ja schon besitzen. So, habe ich mir das nochmal durchgelesen. So, damit wollten sie ein wenig mehr... RNG, wie man so schön sagt, reinbringen. Also Random Number Generator. Einfach nur ein bisschen was... Was zufällig ist und... Das Blatt wenden kann, sozusagen. Dann muss ich jetzt auch den Turm holen, wenn die wegläuft. Was das Blatt... Sorry, das war mein Telefon. Was das Blatt wenden kann. Und zwar... Die Buffs waren ja ziemlich heftig, aber es kann natürlich auch mal sein, dass... Irgendein richtiger Pro sich das holt. Und dann entweder Lebenspunkte tauscht und fast tot ist. Oder einfach was Negatives erhält. Und so weiter und so fort. Aber das haben sie wohl raufgenommen. Ich muss sagen, es hat ein bisschen genervt, dass teilweise... Gruppenmitglieder... Negative Effekte weitergeben konnten. Das war irgendwie... Nicht so toll. Aber ansonsten... So ein bisschen was... Mario Kart mäßig... Irgendwelche Fragezeichen, die rumliegen, die man aufsammeln kann. Und so... Wow, schon wieder so ein 5000er. Hit oder irgendwie. Das hätte ich gar nicht so schlecht gefunden, um ehrlich zu sein. Kam aber anscheinend dann in Summe doch nicht so gut an. Und jetzt haben die das rausgenommen. Ich verstehe es nicht, warum alle immer sofort weggehen. Die erobern den Turm. Und dann kommt keiner daher. Das gibt's nicht. Und was soll ich denn alleine machen? Mann. Und die versucht es auch sofort wieder. Das gibt's ja wohl nicht. Team. Das T steht für... Ich weiß es nicht. Heieieiei. Dieser Modus. Aber ich mag den am meisten. Nur trotzdem. Es gibt leider zu viele... Türmegeier. Und dann läuft man im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn von Turm zu Turm. Hallo AFK, gönnt ihr eine Pause? Ist nur PvP. Genau. Im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Hier ein Turm erobert. Nächster Turm erobert. Hier ein Turm verloren. Nächster Turm erobert. Hier ein Turm verloren. Und so weiter. Und so fort. Wie es aussieht, sind die aber beim Drake. Also schnell wieder umkehren. Und... Den Drake schnappen. Wie viel ist... Das sind doch welche von uns. Okay. Die greift mal an. Und das war mein... Wow. Ist da noch eine? Die haut aber mächtigst rein. Die haut aber sowas von mächtigst rein. Da wäre ich jetzt fast down gegangen. Level 9... Sind da nur Level 69? Nein, das ist schon wieder der oder die. Die vorhin oder der vorhin beim Turm so eine tolle Aktion geleistet hat. Hier die nächsten. Da wird gekämpft. Da sind 20 Leute am Feld. Und die will beinhart den Turm erobern. Ich finde es relativ kurios. Bin fast tot. Die hat noch ein paar Dots. Komm, stirb. 2K. Du musst... Die gönnt sich echt eine Pause. Heftig. Die steht da schon rum. Geh doch raus. Level 50. Davon hast du doch nichts. Ich bin froh, man bekommt zum Glück nichts, wenn man... nichts macht. In einer Runde. Und vor allem bekommt man auch die Daily nicht. Das wurde, glaube ich, auch geändert. Die letzten 3 erhalten jetzt gar nichts. Oh, unterbrechen. Hey, wenn ich dich unterbreche, solltest du normalerweise für 3 Sekunden nichts einsetzen können oder so. Also, man darf nicht mehr unter den letzten 3 sein. Jetzt habe ich aber unterbrochen. Genau, sauber. Man darf nicht mehr unter den letzten 3 sein. Ansonsten erhält man ebenfalls nichts. Gut. Der sieht aber böse aus. Irgendwie bekomme ich den 9... Ach, das ist auch ein Hüter. Hm. Und... Marielle, du bist lustig. Jedes Mal machst du das. Hast du den Modus verstanden? Target gewechselt. Die Hüter können das. Das ist fein. Das ist mir... ...bisher noch nicht aufgefallen. Und ich schlafe. Ich schlafe manch andere auch. Aber nicht skillbedingt, sondern die stehen einfach nur rum. Und da konnte ich den Last Hit... ...abstauben. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich... Lass mich einfach nur in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Hilf mir. Hilft mir doch irgendjemand. Nein, zieh mich nicht dran. Moment, Run Speed. Da kommen zu viele, nö. Ich habe überlegt, soll ich den Buff anwerfen oder nicht? Das wäre eine Verschwendung gewesen. Egal, das passt. So, das Level Up wird sich durch diese Runde leider nicht ausgehen. Ich bekomme immer so 100k XP. Und dann noch die Daily gibt irgendwie 150.000. Das wird nicht ganz so möglich sein. Vier Türme? Was? Wieso haben die jetzt vier? Ich vergesse ab und zu den Buff. Und zu schmeißen. Warum haben die jetzt vier Türme? Und warum wage ich es? Hier zwei gegen eins. Kann mir das jemand erklären? Gegen Level 63 und noch irgendwas. Nein, 13. Uh, die andere müsste ich zuerst versuchen. Roli, warum geht denn die gerade so gut down? Obwohl ich zu zweit gegen... Alles klar. Ja. Rasiere ich aber mal ordentlichst. Sauber. Zwei Leute gesnackt. Also, noch nicht. Aber... Ich habe ein gutes Gefühl, dass du auch noch down gehst, sobald mal dein verdammter Unverwundbarkeits-Buff abgelaufen ist. Rettet mich, Team. Dankeschön. Sehr nett von euch. So muss das. So läuft... Nein. Da will sie Rache üben. Sie denkt sich. Was? Zwei gegen eins. Wie hast du das gemacht? Ich hasse dich. Ich hasse dein Leben. Dreht euch um. Helft mir. Helft mir. Ich habe nur noch tausend. Leute. Und da bin ich tot. Aber war trotzdem in Ordnung. Muss ich sagen. Und sie... Ist sie auch gestorben? Nö. Die erobert hier. Dankeschön, dass zumindest du hier ein bisschen drauf achtest, weil die anderen... Weiß nicht. Müssen die mit geschlossenen Augen. Es gibt ein System in Drakensang Online, ein Hack and Slay, welches ich auch zocke. Wenn man sich da 10 Sekunden lang... Nein, 10 Sekunden nicht. Aber in etwa 20 bis 25, maximal 30 Sekunden nicht bewegt und gar nichts macht. What? Schon wieder fast. Sie versucht sie... Moment. Wie viele Türme hat die? Ich hasse das. Den Button kann man irgendwie nicht anklicken. Der ist verpackt. Und da habe ich den Last Hit gelandet. Wenn man im Kampf ist. So. Marielle. Wo bist du? Zwei Türme. Naja. Du versuchst es wenigstens. Also. Wenn man sich 30 Sekunden lang nicht bewegt, dann wird man auch... ...automatisch aus der Runde gekickt und kann sich 30 Minuten lang nicht für eine neue Runde anmelden. Das finde ich ganz nett. Das würde EOS, denke ich, auch nicht schaden. Weil diese AFKler, die erlebt man leider sehr häufig. Das ist kein Einzelfall, dass da Leute rumstehen. Ich verstehe es nicht so ganz, weil wie gesagt, man hat nichts davon. Aber es ist nun mal so. Verdammt. Das war der falsche Skill. Den wollte ich jetzt nicht einsetzen. Dann mache ich hier lieber mal doch einen Rückzieher. Ich könnte jetzt sogar einen Mount einsetzen. Nein, doch nicht. Ich bin noch im Kampf. Jetzt nicht mehr. Und tschüss. Mit meinem Lama-Ru. Lama-Ru-Hu-Hu. Oh. Wow, 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 wow. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Immerhin noch kurz. Moment. Die Marielle, die wird es schon machen. Ja, genau. Marielle weiß immer, was zu tun ist. Nicht kämpfen. Wenn ich sie ins Target bekommen würde. Und unterbrochen. Marielle, du bist die Beste. Es tut mir leid. Nicht böse gemeint. Aber ich verstehe diese Vorgehensweise nicht. Und jetzt hat es sowieso wieder. Lilina. So muss das. Ja, ich, ich, das, wenn man das ändert, dann könnte man es machen, dass man irgendwie nur daneben stehen muss. Und jeder, der daneben steht, füttert irgendwie diesen Turm sozusagen mit Punkten. Das gibt es ja in anderen Games auch. Oder Capture the Flag mäßig, irgendwie sowas. Aber dieses Erobern, da gibt es echt nur Geier, die sich dann sogar falsch hinstellen, wie es taktisch eher unklug ist. Und wenn man taktisch schlauer spielen möchte, ist man aber zu spät dran. Und noch ein Last Hit. Sauber. Moment, mal kurz zurück, wenn ich hier im Target bin. Wie viele kommen da noch? Vier gegen zwei. Das ist gerade eher ungeschmeidig. Sorry. Leila. Da muss ich aber einen Rückzieher machen. Und auf der Karte sehe ich leider auch niemanden. Ich heile mich jetzt voll. Moment, das wird sich aus... Warum bin ich noch im Kampf? Ich heile mich jetzt voll. Und wenn ich Glück habe, geht sich das noch aus. Das dauert ja irgendwie... Nein. Okay, nein. Das war zu langsam. Das war auf jeden Fall zu langsam. Na gut, dann warte ich mal kurz, bis da eventuell jemand kommt. Komm, wir zwei machen das jetzt. Durch die Wand, durch die Mauer schieße ich meine Pfeile. So läuft's. Wusste ich nicht, dass das möglich ist hier. Okay, dann zuerst die Magierin von mir aus. Wenn du möchtest... Jetzt laufen sie alle. Jetzt, wo wir faire Zahlen haben, laufen sie alle. Bleib stehen hier. Lucien. Bitte. Dot. Dot. Dot enttäuscht mich nicht. Jawohl. Ich mag die Dots. Ich mag die Dots. Sie haben einfach mal alle fünf Türme gerade. Jetzt nicht mehr. Plus fünf. Steinchen verkauft der hier. Marielle, meine Freundin. Hallihallo. Oh, der ist ja noch voll. Verdammt, den hätte ich jetzt nicht angreifen sollen. Das war nicht so schlau. So, den Drake jetzt anzugreifen. Denn nun weiß er, dass ich existiere. Und wenn die tot sind, habe ich Diagro. Aber das werden mir jetzt zu viele. Finde ich aber krass, dass unser Spieler hier so viel aushält. Wer auch immer das ist. Yes. Gerade noch so. Und gestunt. Du mich aber leider auch. Und deine Stunts sind heftiger als meine. So viel steht fest. Leider kein Kill. Dreh dich um. Mann, 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 Mann. Hier hat man den Stress. Das ist heftig. Wie sieht es aus? Wie sieht es mit der Punktetafel? Wow. Da rasten manche richtig aus. 157 Punkte bereits. Aber es sind auch so viele Level 60 plus. Ich habe die Befürchtung. Ich hoffe nicht, dass das so ist. Es gibt ja 40 neue Quests. 400 neue Quests mit der Erweiterung. Und weil so viele Level 60 plus im PvP leveln, habe ich irgendwie die Befürchtung, als ob es eventuell, naja, nicht genügend Quests gibt. Und man eher grinden muss und so weiter. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Aber man bekommt irgendwie so das Gefühl. Muss ich sagen. Wow. Wow. Und natürlich will die jetzt mich nehmen. Wow. Der Drake lebt noch immer. Und die ballern hier auf den Drake. Moment. Da mache ich mal mit. Buff anwerfen. Noch kurz ein bisschen nach hinten in Sicherheit gehen. Bitte unserer. Bitte unserer. Ich will aber nicht sterben, denn ansonsten ist der Buff auch sofort wieder weg. Ach, auch das war der Drake. Verdammt, hatte ich die Agro, habe ich jetzt nicht gesehen. Schnell, Moment. Nein, den Buff. Ach, Moment, habe ich den jetzt? Wenn ich mich belebe, habe ich den auch noch? Ich glaube nicht. Das habe ich schon mal. Nö, den habe ich. Sauber. Aber wenn man stirbt, ist er auf jeden Fall weg. Jedoch jetzt konnte ich ihn noch behalten. Der ergibt Angriff und Verteidigung. Und das ist sauber. Forget it. Was hast du vor? Okay. Ich weiß, was du vorhast. Wo kommen die denn jetzt alle? Schnell weg. Ich will den Buff nicht direkt wieder verschwenden. Erstmal irgendjemand markieren hier. Meine Marielle markiere ich. Hm. Das mache ich jetzt. Das ist ein bisschen doof hier. Das sind mir eindeutig zu viele. Wenn ich da zu lange rausgehe, bin ich sauber. Bin ich relativ schnell tot, würde ich sagen. Wow, 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 wow. Hör doch auf. Kann ich um die Ecke? Geht das? Nö, das geht nicht. Aufgrund eines Hindernisses. Ich muss die Line of Sight haben. Hör auf mit deinen Feuerbällen. Die tun richtig weh. Die tun richtig weh. Dot, dot, dot. Habe ich noch einen Dot? Ich habe noch einige. Nö, nur Debuff. Sauber und wieder geheilt. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen nubig, was ich hier mache. Aber hey, so beschäftigt man die Leute. Ich mache mich mal unsichtbar. Den Skill setze ich zu selten ein. Richtig unnötig gerade die drei Sekunden hier. Aber egal. Katie, wo willst denn du hin? Bekommen wir dich down? Wie viele sind wir hier? Scheint ausgeglichen zu sein. Wo willst du hin? Jetzt warte doch. Oh, der Crit war schön. Jetzt warte doch mal, Katie. Bleib hier. Ich will ja nur spielen. Erstmal den Dot drauf. Und den Sniper fehlgeschlagen. Mann. Verstehe es nicht? Kann man dich nicht unterbrechen? Ich habe Y gemacht. Ich habe dich unterbrochen. Sag nicht, die will den Turm geiern. Drei Leute hier, die geiern den Turm. Hi, 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 hi. Geiert hier jemand? Da muss man immer auf... Hier, Last Hit. Bitte. Ja. Gar nicht gesehen, was hier abgeht oder so. Einfach nur hinlaufen. Und den Last Hit schnappen. Lucy N, geh weg hier. Die haben es alle auf mich abgesehen. Mami. Hilfe. Helft mir. Noch ein paar Assists. Überall Schaden drauf machen. Ja, okay. Ganz schön stressig. Mit dem Buff ging es jetzt. Der war ganz fein. Vom Drake. Wie sieht es aus? Jo, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Und wieder mal einfach nur eine... Oh, die haben vier. Eine zufällige Runde. Vollkommen egal. Neun Kills. 21 Assists. Es gibt zwar noch weitaus bessere. Aber, was ich meine, im Vergleich zum Bersi, da hatte ich nie sowas. Das waren immer drei Kills. 30 Assists. Und hier durch die Bank immer irgendwie so 10 mindestens. Was? Haben die schon wieder vor? Hier Level 69. Nö. Die Hüterin hält mir zu viel aus. Da suche ich mir... Das sollten die ja doch packen. Das sind zwei... Ja, warte. Schade. Ich wollte abstauben. Aber eventuell kann ich mal einen Turm auch abstauben. Schnell hier besetzen. Also, was ich meine. Zum Beispiel dieser grüne Kreis. Dass man da einfach nur drin stehen muss, ohne etwas anzuklicken. Dass jeder was erhält und so. Dass man da nicht immer geiern muss. Aber wäre nur so ein Verbesserungsvorschlag noch für den Modus. Ansonsten, bis auf dieses Geiern ist es ja gar nicht so verkehrt. Nur da wird jeder so zum Egoisten. Und hat man ja gemerkt. Fünf Leute. Es wird... Es ist Not am Mann. Man müsste mithelfen. Aber nö. Drei Leute laufen zum Turm. Werden sowieso immer unterbrochen. Und keiner versteht. Zu langsam. Und keiner versteht warum. Sagt er. Und läuft zum Turm. Aber hier zum Beispiel. Ich möchte da hinten stehen. Und wenn jemand neben mir gewesen wäre, wäre der direkt vorgelaufen. Und hätte hier an der Ecke schon erobern können. Vor mir. Was aber taktisch nicht so klug ist. Weil er direkt da im Schussfeld ist. Ach egal. Was auch immer. Level 13. Schnell. So. Moment. Jetzt den Last... Nein. Das war zu... Das war viel zu früh. Ich dachte, die ist schon down. Mensch. 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 Und vor allem... Holy moly. Die gewinnen das jetzt. Obwohl wir vorhin in Führung waren. Das geht jetzt zu schnell. Drei gegen zwei Türme. Schade. Bekommt man ein bisschen weniger XP. Glaube ich auch. Da machst du nix. Da kann man nichts machen. Nochmal abgestaubt. GG. WP war aber zumindest ein bisschen knapp. Eventuell hätte es ja geholfen, wenn noch Leute mitgekämpft hätten in unserem Team. Auf jeden Fall. Ich gratuliere dir zu Level 50. Du hast es weit gebracht im PvP. Melde dich. Bitte erneut an. Hat sich bestimmt gelohnt. Nicht mal 9000 XP hast du verdient. Und die arme Level 15 hier bekommt nur 28. Obwohl die sich wahrscheinlich den Hintern aufgerissen hat. Und du... Naja, wie auch immer. Hier abholen. Fertig. Und fast im Level gestiegen. NDL Niederlage. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh. Das war's für heute.